Letzte Runde spiele ich Kraken. In der Hoffnung, dass ich mit dem das Sinn kriege. Genau 2 zu 2 jetzt. Das ist eine entscheidende Runde. Das ist eine entscheidende Runde. Ach, ich weiß nicht. Können wir nochmal zusammen irgendwie Arzanta spielen? Danach. Das ist jetzt die letzte Runde. Die machen wir noch. Aber schon richtig viel zu rennen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall dann. So. Schadensresistenz. Nämlich. Fressen muss ich ja nicht. Ja. Ah, jetzt habe ich... Ach ne, ich habe keinen Geist als Unterstützung. Die haben einfach nur Panzerung jetzt. Ah, da war einer gefangen. Das wäre noch lustiger gewesen, wenn es noch ein Geist zusätzlich da gewesen wäre. Gucken, ob ich das jetzt schaffe. Ist ja ausgeglichen. Also keiner hat irgendwie, ne? Nur halt meine Diener haben Panzerung. Aber ich würde mir auch erstmal welche anfressen. Die Angriffe geschickt time. Ich hatte aber eigentlich vorhin Glück, dass da in dem Dome noch so eine Mini-Ecke war. Wo ich mich verstecken konnte. Ah, geht schon los. Ich muss ja hier nicht aufs Stealth spielen. Oder machen die Jagd auf mich. Ich bezweifle es ja eher. Ich bekomme schon drei Viecher auf einmal. Jawohl. So. Dann wollen wir mal... Höhe gewinnen. Das ist wohl gleich von... Wirklich von dem Weg angreifen. Scheiss geschützt. Geh doch mal kaputt Jetzt ist er aber weg Habe ich gesagt, dass ich mir hinterher kommen sollte? Ich hätte doch Goliath spielen sollen, er hätte wesentlich mehr Panzer rum Oh, sind die gerade tot oder was? Nee, alles andere als das Mach doch das scheiß Beben da, ey Ist weg War schön mit euch Hier gibt es ja fast nichts mehr zu fressen, ey Ich bin echt schlecht in diesem Modus, irgendwie Generator 2 Nein Erstens schon mal Wissen mal sollte ich zusammen mit den Glienern angreifen Unbedingt Die Bewegung von diesem Vieh ist auch irgendwie Merkwürdig Ich bin so lahmarschig, Mann, ey Das andere Vieh, dass sie da liegen Später Merkwürdig Merkwürdig ist tot, sehr schön Hier schaue ich auch Hier schaue ich auch Ich bin so lahmarschig, ich bin so lahmarschig Ich bin gleich bei meiner Diener wieder. Ich glaube die sind sogar schon am Generator. Hauptsache einen Medic töten. Das ist das wichtigste. Aber ich dachte eben, halt echt, da wäre schon einer tot gewesen. Ich habe mir noch keinen Diener mit Vorteil gefunden. Das ist blöd. Jetzt die Runde wird knapp. Aber die fangen die halt da vorne schon ab oder was? Ich weiß nicht. Aber jetzt ist es da gerade Parti. Parti, Parti. Äh, wir gucken uns mit mir, was es immer sagt. Verdammt, jetzt komme ich nicht in den richtigen Moment dahin. Ich warte mal bis zu meiner Diener respawnen. Ich bin ja gespawnt. Jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir mal warten. Ah, da sind die beiden ja schon. Dann lasse ich die engaged in Battle. Und dann greife ich auch an. Jetzt mal den... Medic! Nein. Oh, warum leben die jetzt wieder? Hä, wer hat denn die wiederbelebt? Oh, ich kriege zu viel Schaden. Fuck it. Ich habe schon verloren eigentlich. Ande, da kommen jetzt meine Leute genau im richtigen Moment. Oh, ich kriege zu viel Schaden. Verdammt! 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 Oh, Mann! Ja, ich bin einfach schlecht. Wenn ich nicht den Ghost spiele. Oh, Mann! Oh, Mann! Du bist so gut! Okay! Oh! Ich kriege wenig. Grad mal 1000 getötet. Ah man Schade Ja wird das mal wirklich so wert Das sind mehrere Monster werden Geil Genau so ein Spiel, wo das will ich haben The fuck ey Was ist eben hier die Rechnung Ja der 14 Oh Panzer Regenere 25 Schnell Nicht schlecht Es muss bessere Sachen geben als das Naja Das wir jetzt auch nochmal wissen Oh das geht so langsam voran Fünfmal Ich bin gleichzeitig getroffen Oh Alles Und der durchschnitt Nee die letzten beiden nicht Ah Was ist Heather Ah Was ist Ah